Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet. Und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Der Mai hat angefangen und wer den Kanal kennt, weiß ja, am Anfang des Monats schauen wir uns immer die Sessionalität an. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, denn am Anfang des Monats ist immer wichtig, wie sessional sind die Anleger, wie sessional verhalten sie sich und was können wir aus der Sessionalität von dem Monat erwarten. Und der Mai ist besonders spannend. Jetzt wird ja millionenfach die alte Börsenweisheit Sell in May and go away, but remember to come back on Halloween gepostet. Und viele schreiben was darüber. Die meisten haben leider keine Ahnung davon. Ich schon, denn das war Thema meiner Masterthesis. Ich handele sehr, sehr lange schon. Diese Börsenweisheit kennt mich sehr gut aus, kennt alle wissenschaftlichen Publikationen, alle praktischen Erfahrungen und so weiter. Aber wir werden genau das angucken. Was hat es mit Sell in May auf sich? Klappt es dieses Jahr oder nicht? Wobei diese Frage nicht legitim ist. Das erfahren Sie dann am Ende des Videos und vor allem am Ende des Videos werden wir uns ansehen, wie der Chart des Monats ist und den Einfluss des US-Wahlzyklus auf den Chart des Monats. Sehr, sehr spannend. Aber vorher wollen wir erst mal gucken, wie sessional sind eigentlich die Anleger. Gleich nach dem Intro. Mit dem Renditefaktor Größe. Heute mal kein Video von mir, sondern nur ein Bild. Mir hat es leider das Video verhakelt, aber das soll uns nicht aufhalten. Die Stimmung und die Stimme und die Charts müssen heute mal genügen. Wir haben die Large Caps, die 200 größten in dem Stocks Europe 600. Die haben eine negative Rendite. Der April war ja nicht so gut mit minus 0,18%. Und die kleinen Aktiengesellschaften, also die 200 kleinen von den 600, minus 0,34%. Das ist untypisch für den April. Der April ist ja in der Regel ein sehr guter Monat. Das wissen wir. Und besonders für die kleinen Aktiengesellschaften. Aber in diesem Jahr war das anders. Die kleinen haben nicht so gut performt wie schon seit anderthalb Jahren. Das ist saisonal untypisch. Deswegen ist dieses Blatt hier durchgestrichen. Und das ist auch kein sonderlich gutes Zeichen für die Börse. Denn normalerweise ist es eben so, dass wenn die Börse gut ist, dann laufen die kleinen besser. Weil viele Investoren dann in die kleinen Aktiengesellschaften gehen. Weil die in einem Wirtschaftsaufschwung besonders gut performen. Besser als die großen. Das haben wir jetzt eben die letzten eineinhalb Jahre nicht gesehen. Deswegen sehe ich ja hier sehr viel Potenzial. Aber was heißt das für die saisonale Analyse? Das heißt, dass bei dem Renditefaktor Größe die Anleger sich nicht saisonal typisch für den April orientiert haben. Warum das so ist, erfahren Sie gleich noch am Schluss. Dann schauen wir uns den Renditefaktor Wachstum und Value an. Die Wachstumsaktien haben extrem schlecht performt. Minus 7,15%. Das ist sehr, sehr schlecht. Auch für diesen April 2024. Und die Value-Aktien, die haben aber sehr gut performt. Wir sehen, dass bis Mitte des Monats, dass sich einigermaßen gleich entwickelt hat. Und dann haben die Value-Aktien richtig zugeschlagen. Während die Growth-Aktien nach unten sind. Die Value-Aktien, die steigen auch immer sehr stark, wenn die Zinsen fallen. Das war hier sicher ein Einflussfaktor. Aber sage ich mal ansonsten ist es recht ungewöhnlich, dass der Abstand so groß ist. Saisonal ist es typisch, denn die Value-Aktien sind besonders im April gefragt. Mehr als die Wachstumsaktien. Weil die großen Investoren, die Vermögensverwalter und institutionellen Anleger, die schauen sich die Bilanzen im April an der Unternehmen und kaufen dann Value-Aktien. Unterbewertete Aktien, weil sie damit bis Jahresende mehr Performance machen wollen als der Markt. Das ist so ganz, ganz typisch. Die Wachstumsaktien, dass sie so verschmäht worden sind, das ist allerdings kein gutes Zeichen für die Börse. Das heißt, der Optimismus, was jetzt die Wirtschaft angeht, das ist doch sehr, sehr klein im Augenblick. Das muss man ganz klar sehen. Hier sind Ängste und deswegen der Daumen nach unten in Rot. Also saisonal typisch, aber der große Abstand ganz klar einen Daumen nach unten. Dann schauen wir uns den Renditefaktors Sektoren an oder Branchen. Die zyklischen Sektoren haben minus 0,54%, während die Defensiven ein Plus von 1,85% haben. Das ist saisonal typisch. Im April ist normalerweise steigt der Optimismus. Die Bilanzen kommen raus, die Prognosen werden angepasst, oft nach oben, nach unten. Das hält sich im Moment so in der Berichtssaison die Waage. Also es gibt viele Unternehmen, die gut dastehen, die gute Ergebnisse haben und gute Prognosen haben. Aber es gibt natürlich auch welche, die ihre Prognosen absenken müssen. Und deswegen ist es etwas so gemischt an der Börse, je nachdem, welche Märkten, welche Aktien man sich anguckt. Und dass die Defensiven aber so nach oben sind, das bedeutet, dass die Anleger vorsichtig sind. Das heißt, hier haben wir wieder ein saisonal untypisches Zeichen verhalten und ein schlechtes Zeichen für die Börse. Die Anleger verhalten sich eher defensiv, eher ängstlich. Dann schauen wir uns noch den Renditefaktor Momentum an. Das schwarze ist der Markt, der Stocks Europe 600, minus 0,17%. Also der April war ja eher eine Seitwärtsbewegung. In Europa, während in den USA, wir tatsächlich richtige Minuszahlen haben. Die Momentum-Aktien in dem Stocks Europe 600 haben aber minus 0,58%. Also weniger. Das ist saisonal typisch. Normalerweise werden im April auch Momentum-Aktien gekauft. Um dann eine gute Performance bis Jahresende hinzulegen. Besonders die institutionellen Anleger denken so und investieren so. Und das ist ein schlechtes Zeichen für die Börse. Ich habe hier den Daumen nach unten, sagen wir mal orange gemacht, nicht rot, weil der Abstand doch sehr, sehr klein ist. Insofern haben wir, wenn wir insgesamt jetzt die Renditefaktoren angucken, die vier, haben wir eben eigentlich nur ein saisonal typisches, drei saisonal untypische und eigentlich alle Renditefaktoren zeigen eher Angst oder eher Pessimismus. Also eher ein schlechtes Zeichen für die Börse. Das ist ganz, ganz untypisch für den April, aber nicht für den April im US-Wahlzyklus. Der US-Wahlzyklus ist ganz typisch von einem schlechten April und einem schlechten Mai gezeichnet. Und da kommt die Rendite dann eher im zweiten Halbjahr, bis dann so einen Monat vor der Wahl der Markt ins Stocken kommt. Aber das schauen wir uns gleich an mit dem Chart des Monats. Schauen wir uns zunächst mal die Statistiken an, die Monatsstatistiken. Wie sieht denn der Mai normalerweise aus? Wir haben eine Renditeerwartung von 0,32 Prozent. Nehmen Sie das bitte nicht so ernst. Das sind Zahlen aus der Wirtschaft. Also das sind einfach die durchschnittlichen Monatsrenditen seit 1949 am MSCI World. Und 0,32 Prozent. Das ist natürlich nicht viel, aber der Mai ist in der Regel gar nicht so schlecht, wie man denkt und weniger als die Börsenweisheit Sell in May and Go Away sagt. Vor allem die Börsenweisheit sagt ja nicht, wann man aussteigen soll. Da sage ich gleich noch was dazu, denn wir müssen ja auch immer das Risiko mit betrachten. Wenn wir das Risiko mit betrachten, dann hat der Mai ein Downside Risk, das heißt der durchschnittliche Verlust 2,25 Prozent. Also die Standardabweichung der negativen Rendite, so müsste man genau sagen. Und natürlich ist es so, für 0,32 Prozent wird man jetzt nicht so ein hohes Risiko eingehen wollen. Und daher stammt ja auch die Börsenweisheit Sell in May and Go Away, but remember to come back on Halloween. Das heißt, verkaufe deine Aktien im Mai, weil die da meistens nicht so gut ist, der Juni sowieso. Dann kommt ein schwaches Halbjahr und steigt dann aber wieder an Halloween ein, denn dann gehen die Kurse meist nach oben, Jahresendrallye. Und tatsächlich ist es so, die gefährlichsten Monate, wie Sie hier anhand der Präsentation sehen, August, September, Oktober, da lohnt es sich auf jeden Fall nicht einzuinvestiert zu sein, wenn man sessional anlegen möchte. Denn die Statistiken sind das eine, aber leider ist nicht jedes Jahr immer gleich. Insofern möchte ich da noch was dazu sagen, denn jetzt haben wir ja den Mai und Sell in May. Diese Börsenweisheit wird jetzt millionenfach zitiert werden, leider auch von ganz vielen Menschen, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Die sagen, ja, dieses Jahr klappt es nicht, weil, oder dieses Jahr sollte man es machen oder nicht. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Entweder haben Sie eine Anlagestrategie, die sagt Sell in May und dann machen Sie das. Sie müssen es jedes Jahr machen, sonst werden Sie nicht erfolgreich sein. Oder Sie lassen es bleiben. Aber anzufangen und dann jedes Jahr zu überlegen, mache ich die Strategie oder nicht, das wird nichts bringen, weil dann verpassen Sie die besten Jahre. Denn meistens kommen die besten Jahre mit Sell in May, wenn man es nicht erwartet. Wir können ja nicht in die Zukunft sehen, aber es gibt sessionale Effekte und mit der Börsenweisheit kann man was verdienen. Also ich habe sechs Anlagestrategien, die saisonal sind. Zwei sind Sell in May, die werde ich jetzt die Tage praktisch verkaufen, das Aktienportfolio und den Anleihen wechseln. Dann habe ich zwei, die machen Sell in July, weil das in der Regel langfristig die bessere Strategie ist. Schauen Sie sich meine Videos an, dann wissen Sie warum. Da wollte ich jetzt nicht so darauf eingehen. Und dann habe ich noch zwei Mandate, wo ich tatsächlich zwischen Mai und August wählen kann, welchen Zeitpunkt ich wähle. Und mit denen bleibe ich im Moment investiert. Genau, dazu aber noch später mehr. Also Sell in May, leider ganz oft zitiert, meines Erachtens falsch. Ich habe meine Masterthesis auf dem Gebiet gemacht. Ich habe mich spezialisiert für Saisonalität. Und deswegen weiß ich, warum dieses Jahr tatsächlich Sell in May wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Wenn man aber Sell in May macht, muss man es jedes Jahr machen, sonst bringt es nichts. So, dann schauen wir uns mal an, wie sieht denn die Häufigkeit aus. Der Mai ist mit 57% Häufigkeit seit 1949 positiv gewesen. Also das ist jetzt nicht der Reiser. Wir sehen auch anhand des Junis, dass es jetzt eher schwächere Monate kommen. Also das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber ja, beim April sieht man 75%. Das ist ein starker Wert. Noch besser im Dezember mit 77,5 oder im November mit 75. Das sind so gute Werte. Oder auch der März mit 67% Häufigkeit. 57 ist nicht schlecht. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber ist jetzt auch nicht so dolle. Das heißt, der Mai ist so gemischt. Mal gut, mal schlecht. Schauen wir uns den Chart des Monats an. Hier haben wir noch viel, viel mehr Daten implementiert, weil es 1927 bis 2020 ist. Und da haben wir die MINT-farbene Kurve, mit der möchte ich gerne anfangen. Das ist der Median. Das heißt, es ist der mittlere Wert. Also nicht der Mittelwert, sondern der mittlere Wert. Diese Kurve zeigt so diesen typischen normalen Mai. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Erstmal einen steilen Anstieg in der ersten Woche. Dann wird es ein bisschen flacher mit hin und her. Und am Schluss nochmal einen Anstieg, einen steileren. Das ist so der normale Mai. Und dann haben wir aber den Mittelwert. Das ist die goldene Kurve. Hier sind alle Werte gleichgewichtet. Und hier kann man sehr schön sehen, wie sich das unterscheidet. Wenn man alle Werte gleichgewichtet ist, dann ist die Kurve unter der MINT-farbenen. Das heißt, wir haben hier Risiken. Wenn die Werte vom Median abgeweicht haben, dann waren sie negativ. Und da sehen wir in der ersten Woche einen ähnlichen Verlauf nach oben. Aber dann geht es sukzessive nach unten bis zum Tiefpunkt, den 25. rum. Bis dann wieder eine kleine Korrektur nach oben kommt. So sieht der Mai im Mittel aus. Das kommt durch den US-Wahlzyklus. Das schauen wir uns gleich mal an. Wie verläuft denn der Mai im US-Wahl? Ja. So. Dann wechseln wir zu diesem Chart. Dann sehen wir, der Mai im US-Wahlzyklus ist schlecht. Das ging einst zu schnell zurück. Das wollten wir nicht. Na, wo ist es denn? Ah, jetzt habe ich der reagiert. Ein bisschen zu langsam. Entschuldigen Sie. Wir sind gleich wieder da, wo wir sein wollen. Nämlich beim Chart des Monats. Und dann beim Chart im US-Wahlzyklus. Das habe ich jetzt nicht absichtlich verzögert, um die Spannung zu steigern. Aber es ist natürlich spannend, wie sieht es denn im US-Wahlzyklus aus. So. Kommt die Kurve jetzt oder muss ich nochmal drücken? Drücke ich noch einmal und dann sollte sie kommen. Dann ist es dann im US-Mai im Wahljahr. Genau. So sieht die Kurve aus. Und ich hoffe, sie bleibt jetzt stehen. Jawohl, sie bleibt stehen. Also es geht auch in der ersten Woche so ein bisschen nach oben und dann kontinuierlich nach unten bis auf die letzten Tage, die dann wieder zurück korrigieren. Das sieht ähnlich aus wie der Mittelwert. Das heißt, das US-Wahljahr ist das Jahr, in dem der Mai eigentlich am gefährlichsten ist und eher schwach ist. Schauen wir uns das Ganze, den Verlauf im ganzen Jahr an. Dann sehen wir hier die blaue Kurve. Das ist der Verlauf im US-Wahljahr seit 1927. Und da sehen wir eben, dass es bis April hochgeht. So hatten wir das ja auch. Also von Halloween 23 bis April geht es nach oben. Dann haben wir einen kleinen Rücksetzer im April und im Mai geht es nochmal runter. Und Anfang Mitte Juni geht es dann wieder nach oben bis in den Sommer, in den Spätsommer rein fast. Und so verlauft normalerweise das Aktienjahr im US-Wahlzyklus. Also das sehen wir, das sind Einflüsse. Das kommt durch Fiskalpolitik und durch viele, viele andere Einflüsse. Wenn Sie es interessieren, schauen Sie sich mein Interview an der Frankfurter Börse an. Ich verlinke Ihnen das hier. Da erkläre ich ein bisschen, warum das so ist. Aber das bedeutet für alle, die Sell in May machen wollen, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich etwas ungünstiger ist. Macht nichts. Die anderen Jahre laufen dafür umso besser mit Sell in May. Wenn Sie eine saisonale Strategie haben, wie ich die jetzt flexibel ist oder Sell in July mache, das wird dieses Jahr wahrscheinlich besser laufen, weil letztes Jahr ja auch schon deutlich besser zumindest am internationalen Markt in Europa war Sell in May die bessere Strategie in 2023. Das heißt, für meine Mandate, die ich habe, also Zertifikate oder Wikifolios, die ich habe, die sind jetzt die Sell in May Strategien. Die zwei, die verkaufe ich jetzt die Tage, alle Aktien raus, die Sell in July, da warte ich natürlich bis Juli. Und die flexiblen, die zwei, die ich habe, da warte ich tatsächlich jetzt ab und beobachte den Markt sehr gut. Das heißt, nach Juni sollte das anziehen. Wenn der Markt nach Juni nicht anzieht, so wie hier in der Kurve, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Dann würde ich tatsächlich dann auch vor Juli schon rausgehen. Genau, so ist mal der Plan. Und so schätze ich auch den Markt ein. Wir haben im Moment eine verschobene Saisonalität, die ganz stark geprägt ist vom US-Wahlzyklus, weil der amerikanische Präsident eben am Anfang des Jahres, wie letztes Jahr auch schon, extrem fiskalpolitisch die Wirtschaft stützt, damit er im Wahlkampf sagen kann, Leute, Arbeitslosenquote ist runter, die Aktien sind hoch, alles ist gut, wählt mich wieder. Das ist so der Hintergrund oder der tatsächlich realwirtschaftliche Einfluss auf die Saisonalität. Und dann haben wir natürlich üblicherweise die Vermögensverwalter, die dann dementsprechend reagieren. Ja, das ist so mein Ausblick. Also ich glaube, der Mai, da können wir nicht viel erwarten. Vielleicht geht es ein bisschen hoch, vielleicht ein bisschen runter. Ich erwarte nicht große Sprünge nach oben. Wir haben eher ein bisschen Rücksetzer wie im April, dass es nochmal leicht runter geht. Und im Juni machen wir dann die neue Analyse. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald, Ihr Thomas Hupp. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.